Einen schönen Tag aus der Remax Österreich Zentrale. Mein Name ist Markus Voss und ich bin verantwortlich für die Expansion von Remax in Österreich. Ich lade Sie heute ein, eine unserer nächsten Veranstaltungen oder auch mehrere, wenn Sie Lust haben, zu nutzen und möchte Ihnen hier einen kurzen, komprimierten Überblick geben, was in den nächsten Monaten von Remax alles geboten wird. Sie sehen hier gleich den kommenden Termin am 29. Juli, mein nächstes Live-Webinar zu den Karrieremöglichkeiten im Remax-Netzwerk. Wenn Sie sich 30 Minuten Zeit nehmen, können Sie online einen ersten Eindruck gewinnen und Gusto auf mehr bekommen. Wenn Sie Gusto auf mehr bekommen und mehr erfahren wollen, dann haben Sie die Möglichkeit im Rahmen der Remax & You Informations- und Karriere-Tage. Wir sind hier im August in Graz, im September in Wien und im Oktober in Salzburg. Das ist eine Tagesveranstaltung, wo Sie von 9.30 Uhr bis circa 18 Uhr noch viel mehr Informationen rund um Remax, rund um die Potenziale der Branche und rund um die Entwicklungen des heimischen Immobilienmarktes erfahren. Die Anmeldung funktioniert ganz einfach telefonisch. Oder wenn Sie möchten, über Remax.at im Bereich Karriere, finden Sie sowohl zum erstgenannten Punkt, dem Live-Webinar, als auch zu den Remax & You Tagen alle weiteren Informationen und eine Anmeldemöglichkeit. Ich darf jetzt noch zum finalen und dritten Punkt kommen und das ist die Remax.at. Die Nachfrage nach Immobilien ist umgebrochen, wie die Zugriffszahlen eindrucksvoll zeigen. Wir haben einige Zeit unser ehrgeiziges Ziel von 20.000 Besuchern am Tag verfolgt. Wir haben es mittlerweile nicht nur erreicht, sondern wir haben es überschritten. Über 600.000 Menschen im Monat bewegen sich auf der Remax.at, um ihr neues Zuhause zu finden und das ist auch wieder gleichbedeutend mit den einzigartigen Karrieremöglichkeiten, die Ihnen das führende Maklernetzwerk in Österreich bietet. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns, wenn Sie bei einem der kommenden Termine dabei sind und wenn Sie noch Fragen haben und auf der Remax.at nicht fündig werden, kontaktieren Sie uns. Wir sind gerne und mit großer Freude für Sie da. Danke sehr.